Servus Kleeblatt-Fans, mein Name ist Johannes Wurz, ich bin 22 Jahre alt, genau wie meine Trikot-Nummer und ich freue mich auf die Saison hier beim Kleeblatt. Ich bin neu gekommen von Werder Bremen, war aber ausgeliehen nach Paderborn und ich fühle mich schon richtig wohl hier, habe jetzt auch meine Wohnung am Südstadtpark und ja, auch hier das Trainingsgelände ist top, also perfekte Bedingungen, um sich weiterzuentwickeln. Von der Position her spiele ich am liebsten im offensiven Mittelfeld, aber auch über die Außen, je nachdem. Und ja, ich hoffe, dass ich da einige Tore schießen werde in der nächsten Saison und somit dem Verein weiterhelfen. Ja, ich bin viel unterwegs auf dem Platz, versuche immer in die torgefährliche Zonen zu kommen. Ja, im Moment wirft mich die Patella-Szene ein bisschen zurück, also ich kann nicht trainieren, weil die Szene entzündet ist und ja, muss ich jetzt ein bisschen aufpassen in nächster Zeit. Aber ich arbeite hart dran mit den Physios. Ja, liebe Fans, so viel zu mir. Ja, ich hoffe, wir sehen uns bald im Stadion. Auf eine gute Saison. Ciao, ciao.